Wir befinden uns hier im Café Leopold im Museumsquartier in Wien und hier hat es eine spannende Pressekonferenz gegeben und zwar von Ein Versprechen für die Republik. Klingt nach einer neuen Kleinpartei für die Nationalratswahl, ist aber in Wirklichkeit eine Initiative und zwar gegründet von Barbara Albrecht, Regisseurin und mit dabei viele Prominente, unter anderem unser ehemaliger Gesundheitsminister Rudolf Anschober, aber auch Mavi Hörbiger oder die Chefin von SOS Mitmensch. Die alle haben sich hier heute zusammengesetzt und erklärt, was sie sich denn für ein Versprechen wünschen würden und von wem. Nämlich von den zukünftigen Nationalratsabgeordneten. An die geht nämlich dieser Brief hier und in diesem Brief wird eben darüber geschrieben, was man befürchtet, was passiert, wenn die FPÖ tatsächlich in Regierungsverantwortung ist. Also man wünscht sich von den zukünftigen Nationalratsabgeordneten außer natürlich von denen von der FPÖ, dass sie sich gegen eine Koalition mit der FPÖ aussprechen. Natürlich gibt es einen Klubzwang, das ist ja auch erwähnt worden, das ist ganz klar, aber im Endeffekt, wenn es ums Gewissen geht, dann sind die Mandate frei und man kann eigentlich frei entscheiden. Wie realistisch das vor allem bei der ÖVP ist, die ja scheinbar schon mit einer Koalition liebäugeln dürfte, zumindest dann, wenn nicht Herbert Kickl dabei ist, das sei einmal dahingestellt. Das Thema ist übrigens hier heute auch angesprochen worden von einem der Redner. Der hat gemeint, es wird immer wieder von der ÖVP über die Kickl-FPÖ gesprochen. Er sehe das allerdings anders, denn die FPÖ steht durchaus für das, was Herbert Kickl sagt und auch umgekehrt. Jetzt geht dieser Brief, wie gesagt, an die zukünftigen Nationalratsabgeordneten und die müssen innerhalb weniger Tage antworten. Und die Initiative hat auch angekündigt, dass man natürlich nicht namentlich, aber prozentuell auf die Partei gerechnet, angeben wird, wie viele sich zurückmelden und wie viele der Meinung sind, dass sie unterschreiben, dass sie gegen eine Koalition mit der FPÖ- bzw. eine FPÖ-Regierungsbeteiligung stimmen werden. Man darf gespannt sein, was da herauskommt. Wir sind heute hier zur Präsentation von Einversprechen für die Republik. Es ist aber weniger ein Versprechen der Initiative, sondern eher ein Versprechen, das sie einfordern von Politikern. So ist das ganz genau. Es gibt am 29. September eine sehr wichtige Entscheidung über die Zukunft Österreichs. Und die zweite wichtige Entscheidung ist die Frage, wie setzt sich die nächste Regierung zusammen? Und das ist unsere Bitte an alle Kandidierenden außerhalb der FPÖ, zu erklären, ob sie bereit sind, ein Versprechen darüber abzugeben, dass sie eine Regierungsbeteiligung der FPÖ nicht unterstützen. Und das sollen sie auch schriftlich tun. Sie bekommen von der Initiative einen Brief zugestellt, in dem sie das dann sozusagen schriftlich bestätigen. Und in diesem Schreiben steht auch, dass publiziert wird, wie viel Prozent der verschiedenen angeschriebenen Parteien sich dafür und dagegen bzw. eben nicht melden. Genau. Wir wollen Klarheit schaffen. Und ich glaube, es ist ein Anrecht in einer Demokratie für jeden Wähler, für jede Wählerin, zu wissen, was kommt denn dann danach. Und wie werden diese grundsätzlichen Entscheidungen, in welche Richtung die Republik geht, tatsächlich getroffen. Also Transparenz ist auch ein wichtiger Teil von Demokratie. Sie kritisieren die FPÖ sehr scharf. Es ist ja jetzt auch vor kurzem das Wahlprogramm der FPÖ bekannt geworden. Da hat es einige gegeben, die Kritik geübt haben. Unter anderem eben vor allem am Kulturbereich, weil da heißt es sinngemäß, es sollen woke Veranstaltungen wie der ESC oder auch wie die Wiener Festwochen genau unter die Lupe genommen werden. Denn da möchte man dann weniger Geld hinein investieren. Wichtiger wäre es eben in Volksmusik und dergleichen mehr zu investieren. Ein anderer Punkt, der auch sehr heikel ist, es soll an Schulen Informationszentralen geben, wo Schüler Lehrer melden, die scheinbar eine zu linke Attitüde im Unterricht den Schülern vortragen. Wie sehen Sie all diese Ansätze? Ja, es ist ein Beigeschmack, der eigentlich sehr stark in Richtung Urbanisierung Österreichs geht. Und wenn wir nach Ungarn schauen, glaube ich nicht, dass das unser Vorbild sein soll, sondern wir leben in einer liberalen Demokratie. Darauf können wir stolz sein, auf diese Vielfalt. Das ist ein Wert, ein großer Wert, den wir beibehalten sollten und für den wir uns engagieren sollten. Von daher hat die FPÖ sehr klar eigentlich festgeschrieben, was sie will. Niemand kann sagen, er hätte es nicht gewusst. Und von daher ist es, glaube ich, notwendig, dass auch die Kandidatinnen und Kandidaten der Parteien außerhalb der FPÖ klar sagen, ob das der Kurs ist, den sie unterstützen würden bei einer Regierungsbildung oder eben, ich hoffe nicht. Die schwerwiegendsten Punkte, die man ja da Ungarn unter anderem vorhört, ist Einschränkung der Pressefreiheit. Die Kulturszene, die wird sozusagen ausgeblutet und progressive Theatermacher zum Beispiel dann einfach von ihren Posten expediert. Haben Sie die Befürchtung, dass derartiges tatsächlich auch in Österreich passieren könnte ab September? Ich habe immer wieder von Kittel gehört, dass Urban ein Vorbild ist für ihn. Wir erleben die Entwicklungen in der Slowakei in den letzten Wochen. Das heißt, das ist sehr ernst zu nehmen. Und das sind Werte, für die wir uns engagieren wollen, engagieren müssen. Denn die nächsten fünf Jahre sind eine sehr wichtige Zeit, eine wichtige Phase. Und dieser Wahlgang am 29. und vor allem dann die Regierungsbildung, das werden wichtige demokratiepolitische Weichenstellungen für die Zukunft unserer Republik. Und deswegen braucht es Klarheit. Es ist in der Präsentation auch schon über den Klubzwang gesprochen worden. Sie haben sich sicher auch schon Gedanken darüber gemacht, wie diese Briefe ankommen werden, beziehungsweise was zurückkommt. Wenn man jetzt sich die ÖVP ansieht, wie realistisch ist es, dass da Unterschriften kommen? Wir werden es sehen. Das ist ein Versuch, ein Angebot. Ich finde, ein Wahlkampf ist auch dazu da, Fragen zu beantworten, klare Positionierungen zu treffen. Das wird ja von unterschiedlichsten Initiativen so realisiert in bestimmten Sachbereichen, damit Wählerinnen und Wähler wissen, woran sie sind. Und das ist ein Angebot. Und ich hoffe, dass es viele Kandidatinnen und Kandidaten ernst nehmen, annehmen, diesen Teil der Demokratie auch umzusetzen. Abschließende Frage noch zur FPÖ. Sie waren eben auch Gesundheitsminister und die FPÖ ist gerade in Bezug auf Corona immer einen, nennen wir es mal, etwas anderen Weg gegangen. Auch beim Klimawandel hat man jetzt wieder von hochrangigen FPÖ-Politikern gehört, dass sie nicht glauben, dass der Mensch so einen großen Anteil hat. Wobei der Glaube hat in der Wissenschaft eigentlich relativ wenig verloren. Glaube und Wissen sind große Unterschiede. Das merkt man auch bei diesen Äußerungen sehr deutlich. Das, was wir wissen, ist, dass es eine ganz klare Aussage der Wissenschaft weltweit gibt, was die Klimakrise bedeutet, wie wir sie entschärfen können, dass wir sie entschärfen können und dass das für unsere Gesellschaft auch eine ganz große Chance ist für mehr Lebensqualität, für ein besseres Zusammenleben, für mehr Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft. Also die Klimawende ist eine Chance und deswegen ist es so wichtig, diese Entscheidung für die Zukunft nicht in die Hände von Populisten zu geben, die in Wirklichkeit ja nur Probleme wollen, weil sie von diesen Problemen profitieren. Frau Berger, wie sind Sie denn überhaupt zu der Initiative gekommen? Die Gabriele Bacher ist eine sehr eng Freundin von mir und sie hat mir schon vor längerer Zeit, als es dann auf die Nationalratswahl zuging, mir erklärt, dass man noch was tun muss. Und wir hatten viele Gespräche darüber, dass wir am Ende nicht als Mitläufer und Mitläuferinnen gelten wollen. Wir erklären mir das unseren Kindern. Und so war ich relativ schnell und sehr früh dabei bei dieser Initiative. Und es ist nicht die Einzige, denn es gibt ja aktuell auch noch den offenen Briefing, dem Stück Burgtheater, das 2025 in Österreich eigentlich uraufgeführt werden würde, weil es bis jetzt nur in Deutschland gelaufen ist, beziehungsweise das Thema dieses Stückes bezieht sich ja auch auf eine Zeit, in der eben gerade die Theaterschaffenden teilweise einen, ja sagen wir, schwierigen Eindruck hinterlassen haben in Österreich auch nach dem Krieg. Sehr umschrieben, sage ich einmal. Aber genau das ist doch der Punkt. Viele haben das Gefühl, man ist zurückversetzt. History repeating at the moment. Ja, nur mit dem Unterschied, dass wir wissen, was dabei herauskommt. Also deshalb ist es noch schlimmer, dass wir wieder so weit sind. Sie fragten über das Stück Burgtheater, das, glaube ich, 40 Jahre lang verboten war. 1985 wurde es uraufgeführt in Bonn. Es geht um die Familie Herbiger und den Anschluss an das Nazi-Deutschland und ihre Rolle darin. Auch über den Film Heimkehr geht es, was damals ein Riesenskandal war. Nur Verlierer herausprang. Frau Jelinek ist in ihr selbsternanntes Exil gegangen. Paula Wessilich ist gestorben. Nicht daraufhin, aber das hat bestimmt auch eine große Rolle gespielt. Und dieses Stück wurde hier nie aufgeführt. Jetzt natürlich unter anderem Ansinnen. Ich glaube, Frau Jelinek wollte damals das aufzeigen. Die gehört einer Generation. Das war die Ära Waldheim, wo es darum ging, wie konnte es so weit kommen. Jetzt geht es eher darum, oh Gott, es ist wieder so weit. Deshalb wird es anders werden, hoffentlich. Ich erwarte mir von Milorau, dass es auch sehr politisch wird und freue mich sehr auf die Arbeit. Es könnte allerdings wirklich sein, dass die FPÖ in der Regierung sitzt. Dann haben Sie Angst, dass es tatsächlich abgesetzt werden könnte von politischer Seite. Ist das überhaupt möglich? Das weiß ich nicht. Ich meine, Norbert Hofer hat vor acht Jahren gesagt, wir werden uns noch wundern, was alles möglich ist. Ich möchte so weit gar nicht denken. Und ich möchte so nicht denken, weil sonst kann ich wahrscheinlich nie wieder schlafen. Deshalb hoffen wir auf die Urführung dieses Stückes am Wiener Burgtheater. Abschließende Frage. In dem offenen Brief steht auch, dass sich vor allem Jelinek ein bisschen schockiert zeigt, wie die Kunstszene aktuell reagiert. Es gibt Menschen wie Sie, die sich sehr stark engagieren. Sehr viele, die einfach überhaupt nichts tun. Ich glaube, das muss jeder für sich entscheiden. Da möchte ich nicht drüber urteilen, wie sich meine Kolleginnen und Kolleginnen verhalten. Für mich ist das wichtig. Ich kann nicht anders. Ich erwarte diese Zivilcourage von mir selber. Und ich möchte eben am Ende nicht dastehen und mich fragen, hätte man doch nur was gemacht. Frau Heubert, was war für Sie der Stein des Anstoßes, diese Initiative ins Leben zu rufen? Ich habe den Großteil meines Erwachsenenlebens nicht in Österreich verbracht, wo ich geboren und aufgewachsen bin, sondern in Berlin und vor allem in Kalifornien und bin dann aus purer Trump-Erschöpfung, habe ich mich darauf besonnen, dass ich Europäerin bin und bin gerne wieder nach Hause zurückgekommen und habe mit Schrecken festgestellt, dass dieses aggressive Kaputtmachen-Wollen auch hier schon durchaus en vogue ist. Und was mich erschreckt hat, ist, dass ich das Gefühl hatte, ich muss das alte Bild von den Fröschen, die im warmen Wasser sitzen, bemühen, die dann jetzt schon langsam weichgekocht werden. Und am 29. September ist es dann vorbei. Und dann habe ich mir eben überlegt, was kann man tun, um hier für Klarheit zu sorgen, um hier die Kandidierenden an ihren freies Mandat zu erinnern, um hier darum zu bitten, dass diese Kandidierenden eben ein Versprechen abgeben, dass sie, falls sie in der Nationalrat gewählt werden, eine Regierung mit FPÖ-Beteiligung nicht unterstützen werden. Und ich habe eine sehr tolle Gruppe von Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Kunst gefunden. Ursprünglich dachten wir mal daran, dass es schön wäre, wenn es 79 wären, so viele wie die Republik Jahre zählt. Aber jetzt sind wir über 100 und der Zuspruch wächst. Heute ist der Brief rausgegangen. Ich hoffe, dass viele der Kandidierenden unserer Bitte folgen und uns ein Versprechen für unsere Republik zurückschicken. Jetzt verfolgen wir natürlich den Wahlkampf schon seit einiger Zeit und wissen, wer mit wem koalieren will. Viele sagen mit FPÖ und der Kickl sowieso gar nicht. Die SPÖ zum Beispiel sagt sowieso nicht mit der FPÖ. Wie gesagt, bei der ÖVP ist es eben immer dieser Kickl-Zusatz. Ich nehme an, Sie werden sich vorher überlegt haben, wie viele Antworten Sie zurückbekommen werden. Was ist denn Ihre Hoffnung? Ich nehme an, dass jeder schreibt, aber realistisch? Meine Hoffnung, wenn Sie mich nach meiner Hoffnung fragen, dann ist das, dass alle zurückschreiben. Meine Hoffnung ist, dass die Kandidierenden möglichst ihrem eigenen Gewissen folgen. Möglichst, dass es meine Hoffnung ist, dass es nicht zu Klubzwängen kommt. Und wir haben das heute schon öfters gehört. Ich kann auch nichts mit diesem Kickl-FPÖ anfangen, weil Herr Kickl baut an dieser FPÖ jetzt seit mehreren Jahrzehnten und macht es sehr erfolgreich. Ob er jetzt als Person in einer Regierung dabei wäre oder nicht, macht an der Programmatik und am Programm der FPÖ im Moment überhaupt keinen Unterschied. Es könnte nur als Entschuldigung dienen, um dann doch mit jemandem zu koalieren, mit dem man nicht koalieren soll. Wie sehen Sie die FPÖ? Die einen sagen, es ist eine legitim gewählte Partei. Andere wiederum sagen, 1956 ist Eigenartiges passiert mit dem VDU. Einer der Dissidenten, die ihn gegründet haben, hat damals in der Wiener Zeitung geschrieben, die Nazis haben die Partei übernommen. Ich möchte gar nicht in die Historie zurückgehen. Ich glaube, wir sagen das in unserem Brief ganz gut. Wir glauben, dass diese FPÖ in einer Regierung noch was ganz anderes wäre, als die FPÖ in den letzten drei Malen war. Das ist eine FPÖ, die ein ganz klares Ziel zum Umbau unserer Republik hat. Hier gibt es ganz klare Tendenzen in Richtung Orbansches Ungarn. Die illiberale Demokratie ist da gar kein Schimpfwort. Ich glaube, in anderen Ländern wäre diese Partei schon als faschistisch und rechtsreaktionär eingestuft worden. Bei uns gibt es halt leider keine Brandmauer, keinen Konon Sanitär. Aber ich halte diese Partei nicht für eine demokratische. Sie haben jetzt schon Ungarn erwähnt. Viele sind ja der Meinung, dass wenn die FPÖ in der Regierung sitzt, es definitiv in diese Richtung gehen wird. Und gerade in Ungarn sind ja die Kunstschaffenden momentan extrem betroffen. Ein Beispiel wären zum Beispiel queere Kinderbücher, die jetzt in schwarzer Plastikfolie verkauft werden müssen und derartiges. Glauben Sie, dass sowas in Österreich passieren könnte mit einer FPÖ in der Regierung? Ich glaube, wir haben in den letzten Jahren in vielen Ländern gesehen, wie schnell es geht. Wie schnell öffentlicher Rundfunk abgedreht wird, wie schnell Gelder nicht mehr zur Verfügung gestellt werden, Subventionen gestrichen werden, Bücher verboten werden. Das geht sehr schnell. Und leider, so wie sich diese FPÖ im Moment darstellt und auch stolz darstellt, kann ich mir das alles vorstellen. Schließende Frage. Es gibt ja, Mavi Hörbiger ist ja auch beteiligt, den offenen Brief von Jelinek bezüglich des Stücks Burgtheater, in dem die FPÖ auch sehr scharf kritisiert wird. Im Prinzip sind ja Künstler und die Kunst der Seismograph von politischen Veränderungen, die spüren sollten. Aber gerade in diesem Fall ist es sehr gefährlich, ein Seismograph zu sein, weil dann fällt natürlich auch der Fokus auf einen. Ja, aber das ist die Kunst ja auch gewohnt, dass der Fokus dann, ich bin Filmproduzentin, dass der Fokus dann auf uns fällt. Ich glaube nur, ich finde diese Aktion, ich finde diesen Brief von Frau Jelinek wie sehr vieles, was Frau Jelinek macht, sehr, sehr toll. Aber warum es uns hier vor allem geht, ist, wir möchten an die bürgerliche Mitte appellieren. Wir möchten an die Leute appellieren, die vielleicht aus irgendeinem Grund in letzter Zeit gemeint haben, sich zu ärgern und FPÖ wählen zu müssen. Und ich möchte an die appellieren, dass sie nicht die Partei wählen, die uns, so wie das der Trump mit American Carnage gemacht hat, ein Austrian Carnage vorzeichnen, sondern dass sie jemanden wählen, der versucht, auf die unheimlichen Errungenschaften unserer Republik aufzubauen und so zu versuchen, die Herausforderungen der Zukunft gemeinsam zu meistern. Frau Boric, es gibt momentan einige Initiativen. Sie haben sich jetzt angeschlossen der Initiative Ein Versprechen für die Republik. Dabei geht es aber nicht um ein Versprechen, das Sie machen, sondern um ein Versprechen, das Sie von Politikern einfordern. So ist es. Aber ich glaube, das ist grundsätzlich auch mein Demokratieverständnis, dass ich das auch als Pflicht sehe und als eine Verantwortung für mich als Mitbürgerin dieses Landes, als Österreicherin, dass ich eben nicht nur sage, ich wähle dann ab und zu und gebe meine Stimme ab und dann interessiert es mich nicht mehr, sondern ich sehe das als meine Verantwortung und auch mein Wille, auch wachsam zu bleiben und darauf aufzupassen, dass wir es schaffen, in einer offenen, aufgeklärten Gesellschaft zu leben, dass wir es schaffen, in einer liberalen Demokratie zu leben. Und deswegen erwarte ich mir, weil ich schon glaube, dass diese Transparenz alle Mandatare und Mandatarinnen uns allen schuldig sind, erwarte ich mir ein Versprechen beziehungsweise Bekenntnis zu sagen, ja, ich werde mit FPÖ in Koalition gehen oder auch nicht. Jetzt nehme ich an, Sie sind viel länger bei der Initiative. Die Wahlen, die Landtagswahlen in Deutschland waren gerade eben und das Ergebnis, das hat auch sehr viele schockiert. Was hat das bei Ihnen bewirkt? Ja, es ist natürlich, wie soll ich sagen, es hat mich nicht überrascht, weil diese Wahlen passieren ja nicht von heute auf morgen. Also es war ja schon, die Prognosen waren ja schon da, die Situation war ja auch klar. Ich sehe das ja nicht so, als jemand, der sagt, es wundert mich und es macht mich traurig, weil das nicht meiner Weltanschauung entspricht, sondern ich denke mir immer, was kann ich als Mitbürgerin dieses Landes dafür tun, dass es uns allen gut geht. Das ist mein Grundsatz und deswegen tue ich mir schwer mit Wahlergebnissen, mit Parteien, die eben sich als Sprachrohr eines imaginären, homogenen Volkes sehen, weil ich erstens nicht verstehe, was dieses Homogene tatsächlich sein soll. Ich verstehe auch nicht, was Festum Österreich sein soll, Mittel in einem vereinten Europa, weil ich uns als Gesellschaft tatsächlich solidarisch betrachte, betrachten muss und das Solidarische auch nicht nur national verstehe, sondern eben als ein globales Prinzip. Wir dürfen wirklich nicht vergessen, dass auch wir hier in Österreich auf die Solidarität von allen anderen von außen angewiesen sind. Wir brauchen diese Solidarität, weil wir sowohl die gegenwärtigen als auch die zukünftigen Herausforderungen nur global bewältigen können. Sie haben da jetzt schon zwei Punkte angesprochen, die im Wahlprogramm der FPÖ vorkommen, nämlich die Homogenität und die Solidarität, die bezieht sich allerdings in dem Fall nur auf Österreich und die Homogenität bedeutet wohl, wenn man das richtig versteht, dass man nicht aus der Reihe ausscheren soll. Ein ganz großer Teil dieses Programms bezieht sich auch auf die Kultur in Österreich. Da sollen keine Bogenveranstaltungen mehr gefördert werden, wie zum Beispiel der Eurovision Song Contest oder die Wiener Festwochen. Und die sind ja sowieso noch in einer Hinsicht spannend, denn da soll ja Burgtheater aufgeführt werden. Ganz spannend, ob das dann stattfindet, wenn am 29. tatsächlich die FPÖ auf Platz 1 die Wahlen hinter sich bringt, oder? Also ich glaube, wenn der Tag tatsächlich kommen sollte, an dem Veranstaltungen, an Theatern, weil Sie es jetzt genannt haben, so wie eine Uraufführung von Burgtheater am Burgtheater nicht stattfinden darf, an dem Tag können wir uns sicher sein, dass wir nicht mehr in einer Demokratie leben. Ich will ja nicht sagen, die FPÖ ist eine demokratisch gewählte Partei, andere wiederum sagen, alle anderen Parteien haben sich für das, was vor 45 passiert ist, mittlerweile entschuldigt, haben es aufgearbeitet. Bei der FPÖ wartet man irgendwie noch auf dergleichen, oder? Ich denke mir ja immer, weil wir ja heute davon ausgehen, also die Prognosen sind, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, zwischen 25 Prozent, sogar bis zu 30 Prozent. Das hat natürlich eine Legitimitation, darum geht es mir nicht. Aber man vergisst dann auch immer, dass in dem Fall 70 Prozent der Menschen diese Partei nicht wählen. Und das ist auch eine Mehrheit. Das ist eigentlich die Mehrheit. Und ich glaube, wir vergessen auch immer, dass es dann darum geht, eine Regierung zu bilden, dass die Regierung dann nicht nur für diese 30 Prozent zuständig ist, sondern für die gesamte Bevölkerung. Und eine Sache ist mir ganz, ganz wichtig. Kunst ist frei. Da gibt es keine Diskussionen darüber. Also da geht es nicht darum, ob es uns gefällt, was die Kunst- und Kulturschaffenden in diesem Land umsetzen, was sie von sich geben, weil Kunstfreiheit bedeutet Meinungsfreiheit. Es ist unsere Aufgabe. Und so verstehe ich auch meinen Beruf als Schauspielerin, wachsam zu bleiben und durch meinen Beruf einfach Humanismus zu vertreten. Und wenn das nicht mehr möglich ist, wenn ich Angst haben muss, als Schauspielerin, dann leben wir in einem Land, in dem es eben, in dem verschiedene Meinungen und die sogenannte Meinungsfreiheit nicht nur nicht geduldet wird, sondern auch verboten ist auf eine gewisse Art und Weise. Und das ist halt, also da müssen wir uns, wenn wir tatsächlich anfangen, Veranstaltungen zu kämpfen, weil die für unser Empfinden zu vogue, zu links, zu provokativ, zu ich weiß nicht was sind, dann verlieren wir als ganzes Land, dann verlieren wir ja die Vielfalt unserer Kultur und dadurch auch unsere Kultur am Ende des Tages. Abschließende Frage als Präsidentin von SOS Mitmensch. Gerade autokratische Systeme, wie man sie aktuell auch in Ungarn gedeihen sieht, da kriegen es vor allem zuerst die Künstler und die Ärmsten der Gesellschaft mit. Gerade bei SOS Mitmensch trifft es sich dann jetzt praktisch an beiden Seiten. Ja, aber wie gesagt, also ich weiß ja auch, wie es sich anfühlen kann, durch demokratische Wahlen teilweise Demokratie zu verlieren. Und ich glaube, das kennen wir auch in diesem Land. Also das ist ja jetzt nicht so, dass es uns hier nicht passiert wäre. Also ich glaube, natürlich habe ich Befürchtungen und natürlich mache ich mich durch meine Äußerungen sowohl als die Vorsitzende von SOS Mitmensch als auch als Schauspielerin angreifbar. Aber wenn ich das nicht mehr darf, dann heißt das, dass wir es alle nicht dürfen. Ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass wenn einer von uns es nicht mehr darf, dann werden wir es alle nicht mehr dürfen. Abschließend kann man noch sagen, das Wichtigste ist, dass man mal auf jeden Fall zur Wahl geht am 29. Also unbedingt, weil das ist wirklich ein Privileg, eine Stimme abgeben zu können und das ist unsere Verantwortung und deswegen müssen wir zur Wahl. Wenn man nämlich nach Deutschland schaut mit den 30 Prozent, da muss man auch sagen, es waren 75 Prozent bei der Wahl, was sehr viel ist, aber 25 Prozent haben sich nicht beteiligt. So ist es tatsächlich. Also das ist wie gesagt, vor allem Wahlrecht ist ja für viele von uns eine Selbstverständlichkeit, aber für einige von uns ja auch wieder nicht, weil Wahlrecht ist ja nicht für alle, die, tatsächlich nicht für alle, die in diesem Land geboren sind, eine Selbstverständlichkeit. Das ist ein Privileg, das ist aber auch eine Verantwortung und die müssen wir wahrnehmen. Das ist unsere Verantwortung. Es sind nicht die da oben und wir da unten, sondern wir bestimmen und das sollten wir auch.